Tschüssi, meine Freunde! Willkommen zurück zu StarCraft 2! Oh, ho, ho! Nun, ich muss sagen, es ist eine ganze Weile her, dass ich aufgenommen habe. Ähm... Ja, ich denke mal, wir haben um den allen schon geredet. Deswegen einfach mal zur Mission. Es scheint, dass mein Vertrauen in ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Raynor. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten und beenden Sie das Blutvergießen. Oh! Toll! Neue Aufnahme-Session, wir sind schon gleich am Ende hier. Gut, dann starten wir nochmal die letzte Mission, was? Los geht's! Unsere Pioniere bringen das Xel-Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen es zu erreichen. Keine Chance mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zergangriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow! Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denk dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Hm, okay. Wir können also dieses tolle Artefakt nutzen, falls uns... Ja, falls die Zerg zu viel werden. Niduswimmer bringen weitere gefährliche Willen an Feinden, wenn sie dem gelassen werden. Zerstören sie sie so schnell wie möglich, um zu vermeiden, dass sie berannt werden. Ja, wir hatten uns ja, glaube ich, entschieden, die Luftstreitkräfte zu vernichten. Beziehungsweise für diesen Kampf auszuschalten. Das ist uns ja ganz gut gelungen mit dem lieben Leviathan, den wir damals besiegt haben. Das heißt allerdings, dass wir natürlich immer in der Gefahr laufen, von unten angegriffen zu werden. Dagegen können wir uns ja wehren, ne? Mal packen ein paar Bunker, ein paar Flammtürme hin. Jetzt die Frage, brauchen wir auch noch Dings? Äh, hier... Flak? Ah, ja, wir brauchen Flak, ich seh's gerade. Du hast mir das Xel-Nager-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung, große Zeitstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Zack. Eine beeindruckende Verteidigung, aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Ja, ja, Kerrigan, ja, ja, so. Okay, Versorgung geht mal wieder nichts. So. Kommander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu mit Hilfe... Alter, wie viel... Wie viel WBFs haben wir schon. Die Zeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Ah, hier, so ein toller... 48 können wir nutzen. W-wat? Äh, dann her damit. Hahaha. So. Hier haben wir nur Trumme unter den Eiern, ey. So. Für eine Stunde. So. Ein da. So, ein Seil. Wird da mal noch ein paar Spatialring hier bauen, wa? Hier mag ich noch so paar Panzerchen bauen. So. So. Achso. Weil der gerade in der Nähe ist. Ah. Ich dachte es doch mal. Und drei Raffinerien? Ernsthaft? Du zu. Kann nicht an. Joa. Ich würde mal sagen, ich greife nicht an. So. Ah, da sind sie schon. Kommt noch was? Zwei sind wieder fertig. Los, los, los. Oh. Panzer sind... Panzer sind... Panzer sind auch fertig. Oh, die können auch von hier unten kommen. Und das ist natürlich irgendwo. Also noch zwei davon. Ich würde natürlich auch sehr gerne noch ein paar Versorgungsdinger hier bauen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal kackendreis. Ich bin angegriffen. Ja, ja. Ähm. Das brauchen wir auch noch, ne? Wir haben jetzt bisher nur Fusionskern. Ach, nee. Das Ding ist auch noch schon da. Okay. Wir brauchen so gesehen also gar nichts. Abmarschbereit! Ah, ich weiß nicht was du bauen kannst. Moment. So. Keiner. Ähm. Ach ja. Aufbauen. Aufgedankt und einsatzbereit. Sehr schön. Ihr bei. Piu, piu, piu. Aua. Voll auf meinen Panzer geknallt. Alter. So. Aufbauen. Warum noch Panzer? Nein. Der zwei muss ich noch bauen. Sorry. So. Nicht genug Mineralien. Weißt du was? So ein... Ach hier. Ich nutze mal die kostenlosen hier. Nicht genug Mineralien. Hier. Helf mal mit. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Jetzt baut er da gleich die ganzen Dings auf. Und hier, hier lasse ich die... Ja. Naja. Er kann ich nicht bauen. Aufgedankt und einsatzbereit. Yay. Kommt er hier. Einen da hin. Und... Guck mal, wir können einen nach oben hin bauen. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Äh. Ernsthaft? Und da oben auch? Tatsächlich. Das soll vorkommen. Wenn die durchs Würmer auftauchen. So. Bis. Hier. Mach mal ein Dings hier drauf. Okay. Artefakt lädt auf. Supi. Mehr kann doch nicht. Ich würde gerne so ein bisschen verteidigen und auch noch inbauen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die wahrscheinlich irgendwann auch mitten in der Basis auftauchen werden. Lauter! Lauter! So. Er baut da fleißig. Zur Not, ganz ehrlich gesagt, werde ich immer ein Dings hier anbauen. Da. 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 Ähm. Ja. Da. Da. Ja, ja. Da. Keine Chance. Home weg gleich. Wo sind die jetzt alle raus? Da oben ist der eine. Okay. Was ist los? Okay, du hast keine Energie, dann schicke ich dich immer los. Ist noch wo einer? Ne, noch der da oben ist. Natürlich, ne? Ich will mal versuchen, so lange es geht auf das Artefakt zu verzichten. Okay, jetzt mal wieder zurück. Sie wünschen. Achso, dich habe ich ja gebaut gehabt, ne? Klar. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der Dings da her? So. Ähm. Ich bezweifle, dass ich Luftverteidigung gebrauchen werde. BAPAPAPAPAPAPAMM Bapapapapam Echt? Ah, jetzt kommen sie von hier wieder. Ah, okay. Wieso nicht? Boah. Wo ist er hin? Ach, er hat sich ja selbst eingebaut. Warum erwarte ich eigentlich auch ein bisschen Intelligenz von den Dingern? Was jetzt? Was? Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Ähm, what? Es ist Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Ähm, nee. Ähm, ich glaube, ich werde doch mal das Ding benutzen. Nein! Der hat meinen Panzer kaputt gemacht. Natürlich. Der hat meinen Bunker kaputt gemacht. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Ey. Zerstört doch nicht einfach so meinen Bunker. Mann, oh. Hier. Ja klar, da hinten. Nööööö. Dann macht ihr einfach mein Ding kaputt. Ich hoffe mal, Kerrigan kommt immer nur, wenn das, äh, Artefakt aufgeladen ist. Die Dame macht nämlich massiv viel, ja, Schaden ist schon gar kein Ausdruck. Ich hab' den vorhin mal eben so meinen Dings getötet. Ja, dann machst du dich da einmal breit. Du, einmal hier. Du, einmal weg. Kärzig. Bäh. Ganz ehrlich, wenn die da hinten kommen, ja, dann soll mir das echt egal sein. Matsch, matsch, matsch. Ähm, ich würd gerne noch... ...d Gruß. Müll dich hier alles alleine machen. Ich wollte nicht gucken, was ich denn reparieren könnte, aber... Kann ich aber auch just for fun... Klingt gut. So. Oh. Wir sind alle da. Sorry, ich muss mal kurz für mich leiser machen. Die Flags sind doch ziemlich laut. Warum wird ne Basis angegriffen? Warum wird ne Basis angegriffen? So. Ja klar, die wollen natürlich ihren Dreck in der Basis. Ihh. Stopp. Ey. Ey. Und wo läuft die jetzt lang? Da, okay. So, Schluss. So, Schluss. So, Schluss. So, Schluss. So, Schluss. Kerrigan hat sich verkochen. Feuert weiter, Männer! Mann, oh. Okay, jetzt seid mir noch ein bisschen zu nah, Leute. Und nun? Alter, jetzt schon wieder alle meine Panzer hier platt gehauen. Ey, ernsthaft, ne? Äh, hab ich noch ein BBF frei? Einer, der nicht eingeschlossen ist? Alter! Ja. Ich habe ein kleines Problem hier gerade. Ah, jetzt war ich aber schon mitten in der Basis. Äh, alle mal hier zur Seite. Äh, alle mal hier zur Seite. Alter, ich habe ein kleines Problem. Alter, ich habe ein kleines Problem. Ich werde gerade so ein bisschen überrannt hier. Ein bisschen. Was ist denn los? Äh, Mann, wie hat mein Ding's kaputt gemacht? Alter, das wird langsam echt massiv viel hier. Oh, hi! Ah, okay. Oi, ei, ei. So. Fernd ich! Das liegt maintaining confused. Das liegt jetzt so massiv, was an Problemer bekomme hier. Ich würde ja gerne mal die Banshees nehmen hier, wenn nur euch. Ja, ja. Warte mal bis der jetzt da innen ausgespuckt hat und dann. Warte mal bis der jetzt da innen ausgespuckt hat. Was ist dein Ernst? Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Die kommen eigentlich her so schnell wie die, meine Dings hat killt. Banshees haben... gut. Also ne, 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 stopp. Ja, alter, ey, ernsthaft ne. So, mein Gefallen. Ja. Schick dir noch mal ein paar Zehn vom... Zehn Stück dafür vorbei, ey. Ähm, ihr tötet gerade den DBF, passt ihn bitte auch ein bisschen. So. Ja, da sind wir wieder gestorben. Bambambambam, ähm, da haben wir noch einen Panzer. Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. 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 Da, ist das linke perfekte Verteidigung. Oder... Er hätte anscheinend die ganze Zeit auch seinen eigenen Reparatur-Dings, ne. Der geht doch weiter Babam Na ja Verschwind doch einfach mal. Lass mich in Ruhe. Und Toll. Der hat meinen Bunker hier oben kaputt gemacht. Ich brauche mal flott noch ein paar Space Marines wieder. Aber hier unten ist es perfekt. Natürlich kommen wir es überhaupt nicht durch. Meine Dings sind kaputt, ne? Meine Banshees gehen ganz stark von raus. So, haben wir noch ein paar Panzer? Nö. Aber? Ja. Komm mitten in der Basis. Die sind tot, bevor die überhaupt auskommen. Oh. Ähm. Will einmal zerstören. Die sind tot, bevor die Bersche sind. Kreuzereinsatzbereit! Ich baum mir jetzt aber eine dicke Fette an mir von... ... ... Kollege, baue ich nur zusammen, du stehst falsch... ... Da rein, bitte. So, wie sieht's aus? Gut. Da sie, wie gesagt, die ganze meiste Zeit von hier auskommt. Wo soll ich denn mal da hochfahren? So, der baut noch fleißig an Dings. Das ist schön. Alter. Ja, man sieht, dass er so ein bisschen, langsam ein bisschen übertreibt. So, Leute, aber ich bin mal ganz fies. Bevor wir zum Ende kommen, bände ich die Folge mal für heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da, bewertet ihn, und wir sehen's beim nächsten Mal wieder, beim großen Finale von Rings of Liberty. Bis dann, ciao.